Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, liebe Geschwister im Islam Ich wollte eine weitere Folge des Hadiths der Woche hier aus Mekka dieses Mal Und der Hadith, den wir diese Woche zitieren, ist von Abu Huraira r.a. Er sagt, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat »Wieh euch die Vermutung und wahrlich die Vermutung ist die größte aller Duhung« Ja, ein Hadith bei den Bukharen Muslim Nochmal den Hadith, weil es ein sehr wichtiger Hadith ist Viele lernen, die normalen Aten oft das gehört, aber leider vermuten wir immer viel Denn Abu Huraira r.a. sagte »Wieh euch die Vermutung und wahrlich die Vermutung sind die größten aller Lügen« »Mek Allah sallallahu alaihi wa sallam, bewahren und beschützen« »Umek Allah sallallahu wa ta'ala« »Waarika Allah sallallahu wa ta'ala« »Waarika Allah sallallahu wa ta'ala« »Waarika Allah sallallahu wa ta'ala« »Und bis nächste Woche, ich denke mir aus Deutschland, bi-iznillah, mit dem nächsten Hadith, zu Haditha waaraa »Wassalam«